Grüß Gott, mein Name ist Leonhard Müllner, das ist mein Kollege Robin Klengel, wir sind von der Medienkunstgeria Total Refusal und wir haben das Glück, dass wir heute Sandra Wollner gratulieren dürfen. Sandra Wollner ist eine der vielversprechendsten jüngeren Filmemacherinnen dieses Landes. In Leom geboren, studierte sie zuerst in Wien Theater, Film und Medienwissenschaften und arbeitete dann eine Zeit lang im Werbefilmbereich. Sie begann dann ein Studium für Dokumentarregie in Baden-Württemberg und hat mit The Trouble with Being Born ihren zweiten Langfilm fertiggestellt. Dieser feierte seine Premiere im letzten Moment vor dem Lockdown auf der Berlinale diesen Jahres und wurde gleich mit dem Spezialpreis der Encounters Jury ausgezeichnet. Gratulation nun für den großen Diagonalepreis des Landes Steiermark für die Kategorie Spielfilm. ... ... In habitlicaα, wir warten können die Kategorie blächer, die ich fre pouco Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Trouble with Being Born by Sandra Wollner With the android Ellie, a girl living with her creator, a man she calls Papa Wollner succeeds in depicting a scary yet loving pedophile relationship that she moves into the realm of fantasy Oscillating between memory and projection into the future this film is a testimonial to the breadth and timelessness of cinema This is already proven by the idea of starting a film project not with a story or plot but with a philosophical text in this case by controversial philosopher Emil Choran Never moralistic but always ambiguous the film touches the fears and wishes of our time for every viewer With poetic imagery and sound as well as good choice of actors it creates an atmosphere of torment which all the elements work well together Thank you very much Thank you, thank you Bistee schön Ja, Sebastian Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass die Preise heute in dieser Form zu demis vergeben werden können Und weil die Landeskulturpreise in der Gruppe vielen ja auch die großen Diagonale-Preise sind, freilicherweise gibt es für diesen Preis natürlich auch die Diagonale Nuss, vielleicht der kleinste Filmpreis der Welt, aber sehr viel wert. Ich darf ihn nicht in den normalen Bereichen, du musst selbst zugreifen. Gestaltet von Anna Paul. Jeder dieser Nüsse ist ein Einzelstück, einzeln gegossen. Herzliche Gratulation auch. Herzlichen Dank, wir fühlen uns sehr willkommen geheißen, wir fühlen uns hier am Abend, obwohl das jetzt nicht im großen Rahmen, wie das ursprünglich gedacht war, stattfindet. Und sind ganz froh tatsächlich über diesen schönen Kurztrip, einen Kurzurlaub in meiner Fastheimat auch. Und ja, freuen uns wirklich sehr über diesen Preis und das wird uns einfach sehr stark helfen, das nächste Projekt zu machen und ich bin wirklich über die Maßen dankbar, oder wir sind sehr dankbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.